Die beiden Kombinationen A und B sind gleich gut, aber sie zeigen sehr gegensätzliche Zusammensetzungen des Warenkorbs. Während in Situation A Sven 40 Tüten Popcorn konsumiert, sind es in Situation B nur 10 Tüten. Umgekehrt würde Sven in A nur 10 Schokoriegel essen, in B dagegen 25 Stück. Die durchschnittliche Menge an Popcorn ist dann 25 Tüten. Die Durchschnittsmenge an Schokolade beträgt 17,5 Riegel. Die Konsumkombination aus diesen Durchschnittswerten liegt rechts von der ursprünglichen Indifferenzkurve, wie Punkt C zeigt. Damit ist aber C besser als A und B. Mit anderen Worten, der Durchschnitt von Extremen ist besser als die Extreme selbst. Das gilt auch für Mittelwerte mit anderen Gewichtungen als halbe-halbe. Alle Punkte auf der Verbindungslinie zwischen den Kombinationen A und B sind nämlich ebenfalls besser als diese Punkte selbst. Diese Aussage lässt sich auf alle konvexen Indifferenzkurven verallgemeinern, denn diese Kante zwischen zwei Punkten wird immer rechts von dieser Kurve liegen. Diese Kante zwischen der Prorudung wurde ja nicht mehr versehen. Vielen Dank.